hallo und willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal gefunden heute geht es einfach mal an commentary gameplay und zwar habe ich gerade eben eine runde spielt solo vs squad 16 kills und das gleiche ist auch dabei und wir kommentieren heute mal das ganze gameplay einfach mal an und kommentieren so also da leute ich habe persönlich zu noscopen für ein paar clips ich habe es versucht da hat er sich eben hat weg impuls ja der typ hat sie ich bin erst in den mittigen gewollt also in den neuen halten und der typ hat sich die ganze zeit im weg gepuls ist hat so genervt so ein feichling jetzt hat er keine mehr gehabt ich habe sich gewartet als er keine gab es habe ich dann gepusht so hat er sich eingebaut also ganz runter ja und ich habe versucht ihn zu noscopen hat mir nichts getan guckst du er hat für sogar die kisten noch gelutet er looted sogar noch die kiste so aber jetzt so was wir den boogie bomben nimmst du boogie bomben mit in so einem match oder lässt du die nein die lässt du dann liegen also die benutzte eigentlich in der regel immer nur um mich zu erkennen richtig okay so jetzt sofort auf der suche nach dem nächsten gegner hatte ich wirklich ab 100 jahre gesucht bis ich mal einen squad gefunden habe es war ewig nervig da wird die truhe dann noch im lkw gelootet also ist er wohl full shield noch sonst hätte er sich den ja reingedrückt sonst hätte er sich den reingedrückt jetzt geht es runter in die schlucht alles klar so und da werden die waffen des wäschens regelmäßig wenn ich keinen finde so so ja da läuft er da läuft er da läuft er da läuft er im wasser kriegt kriegt nasse fies so leute ihr seht weil der nächsten sport ist ich denke ich weiß ich glaube ich habe den inzwischen kann ich die map aufmachen geht das ja ich habe den ungefähr da genau da das war da waren ja noch einige gewesen und links ja guck mal wie viele da noch enttiltet waren es richtig ist interessant ich stehe da oben nehme ich jetzt ein und guck mal was der so macht sag ich habe versucht mir zu rauskaufen und noch mal für sie zu rauskaufen und jetzt habe ich einfach gedacht ich war ich töte den jetzt ganz ehrlich hat irgendwie auch gar nicht wirklich reagiert also während dem du auf ihn geschossen hast stand er noch in seiner hütte nein ich reagiere bei sowas und ich baue die hütte nicht weiter ab während dem jemand auf mich schießt also sorry aber so schlecht bin ich jetzt nicht bin ich gut aber ich reagiere schon oder hinten oder fans im auto und einer hat sich ein geboxt sehe nix weil du die lehne darüber drehst so jetzt gucken wir mal ich weiß nicht warum er mich nicht getroffen hat mein kopf hat rausgekommen er piekt so jetzt liegt die grenade rüber ich kannst du was machst du denn da wie soll ich denn was sehen da habe ich den erst geholt zack dann der pump kann schön dann kam dann der zweite ich hab noch mini minis reingedrückt kurz mal hoch gehalten ein bisschen leider kann man jetzt hier in der einstellung nicht sehen wie viele leben du hast ja natürlich sieht man das nicht müsste man dann dann sieht man auch die wiedergabe spuren und das war schon nervig zack das war so witzig und tot und zack ein hit gegeben tot das waren die beiden biker ladies nein nein der eine war night rider der andere war die frau von night rider die 90 dann haben wir hier eine scar dann haben wir die 90 habe ich nicht mitgenommen den granaten natürlich mitbekommen die habe ich nicht mitgenommen die jagdgewehr nicht mitgenommen kommt nicht mitgenommen bolt und das ist so die bolt nimmst du mit oder was ist jagd gewerbe was das ist ja ich hab sie nicht gesehen die boden okay vier stück zurück so und ab ins auto und jetzt können wir wieder die fahrkünste des herrn sofort bewundern ich habe ja auch da hat schon jemand was abgebaut so der typ schieße ich auf jeden fall da ganz hinten das ist das nächste es gegeben da haben sie jetzt nur noch auf mich rum gespammen da habe ich guck mal hier das ist so mit der mini gun nur draufspammen im squad das ist so glaubt ihr mir was das für ein krampf war gegen die leute zu bauen die nur am spammen sind sagt der ist tot mitgegeben dem noch nicht gegeben so das ist mal wieder ein baubattelfieber sagt noch gegeben noch mal kurz die minis eingedrückt jetzt ein schönes ja bei so einem squad wenn ich mir das angucke du hast ja ein du findest ja nicht so gerne ja du findest ja nicht so gerne den lässt jetzt zum beispiel auch da drin gerade ein egal ist das jetzt jetzt unten zum beispiel hast du sag und den hast du welche genockt und hast die aber nicht gefinischt so und jetzt kämpfst du aber gegen den sport ja so während dem welche sich mit dir beschäftigen können die doch wiederum ihre teammates das heißt du kannst du eigentlich wenn es dumm läuft mehrfach gegen die gleichen leute das ist dir egal also machst du dann teilweise nicht solos kurz sondern solo keine ahnung sieben leute oder sowas richtig okay die haben sich ja gegenseitig hochbekommen so jetzt habe ich nach dem medikit gesucht ja weil da habe ich jetzt nur noch die 64 krieger kann man das sehen nee kann man nicht acht kills hat ich da gehabt jetzt habe ich mich mit bandages mit einer bandage oder ja genau da ständig die 64 leben sondern da habe ich noch 125 gehabt richtig so jetzt kann gleich noch ein spot das weiß ich von wo ich weiß aber ich weiß gar nicht mehr von wo ich glaube wie viele leute leben denn noch kannst du das gerade mal kurz einblenden 15 15 leben noch so jetzt habe ich aber gesehen von hinten kamen auch noch welche was mache ich ich bin suicide gefährdet was mache ich ich versuche die erst mal zu snipen ja eine jacke wäre ziemlich ziemlich schwierige sache da war die bolt besser gewesen neben jacke treffe ich nämlich absolut nichts so da habe ich den jetzt gleich einmal getroffen da hat mich der rausgepiekt achtung den noch nicht jetzt habe ich den nein immer noch nicht auf den geschossen jetzt habe ich auf den geschossen ja den habe ich getet da oben war noch zwei stück das war voll nervig die haben so oft auf mich geschossen um die wände weg zu bekommen so dann war der tot dann bin ich dann habe ich mir gedacht okay gut dann baue ich mich nach vorne und nimmt ein lauren spät aber da hinten waren auch noch welche das wusste ich wusste wusste dass da hinten noch welche waren so und bin trotzdem jetzt einfach nach vorne gegangen habe ein bisschen um mich rum gebaut habe dem einen drei skals gegeben aber tot und dann war über mir welche natürlich hatten die wieder den hagen gehabt immer so dann bin ich hoch dann hat er das hast du dann hat zurückgeholen dann hat er mich zugespampt da habe ich mir doch okay gut ich nehme dir da rein habe den typen voll geworden jetzt sind wir bei der runde gefallen weil das andere team mit c4 geschmissen hat ja guck da war so ätzend dann habe ich mich habe ich mich hoch gebaut habe der hat den rocket ein reingeknallt den hatte ich dann auch noch mal sagt oder nee okay dann habe ich dann erst getötet dann habe ich meine rocke noch nachgelassen wie viele da rumrennen das ist so glücklich hat mir die mini mal wieder reingedrückt damit habe ich mich selbst getötet mit dem rocket launcher ich habe mich mit dem rocket launcher selbst getötet und muss man ihm das schafft er fast jedes mal und ich möchte nicht wissen wie oft er sich selbst mit dem rocket launcher gilt so dann haben stehen und genockt manchmal traue ich mir traue ich mich gar nicht ihm das ding in die hand zu trinken dann habe ich dennoch genockt mit dem rocket launcher und dann war aber noch einer irgendwo jetzt kriechen sie zu dritt da unten rum und da habe ich den jetzt auch noch getötet so da waren wir schon bei zwei squads auseinander genommen direkt 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 alles dreist hier waren es jetzt zwei sports die zusammen waren also die beide gehen da habe ich den ragnarok da war noch einer ja da war noch dieser ragnarok weil ich noch da unten noch rum gekrabbelt stimmt da unten rum gekrabbelt deswegen habe ich mir den ragnarok jetzt noch kurz vorgenommen da unten rein und dann war auch schon tot so dann waren wir schon bei 13 jetzt hast du noch ein squads oder ist es sind es acht leute noch leben acht leute leben noch kann auch anders dann noch aufgeteilt sein können auch noch drei teams theoretisch sein nein nein ich weiß schon ein squads und ein trio ja okay alter vater also jetzt gerade leute ihr seht es ja gerade nicht ich habe 64 leben gehabt ich habe 64 leben gehabt leute 64 das ist gar nicht sie hatten alle blue life alle so jetzt waren die tot jetzt haben nur noch fünf leute gelebt die vier und ich so und die hatten alle blue life gab ich gar keins ja ich habe 64 hp gehabt und dann bin ich nach vorne habt ihr gesehen den hast du mal eben den hast du gar nicht gesehen von mir warte mal ich kann es mal eben sag ich mach mal hälfte die hälfte die hälfte angeschwindigkeit so und jetzt wartet pieter daraus achtung und bär headshot er hat mir da ist genug da kriecht er rum dann bin ich nach unten gegangen weil ich dachte jetzt muss ich pushen einer ist wenigstens schon mal tot ja jetzt musste ich pushen ja tot noch nicht aber ja noch ja aber jemand versucht ihn ja hochzuhalten hat ihm versucht hat versucht richtig die ganze rocke reingeballert er konnte es nicht wenn wir ziemlich der hat sogar geschafft hatte ja und zum schluss habe ich ja war der dann auch noch mal da so jetzt habe ich die da unten gesehen so was auch was ich weiß jetzt mal da richtig durch das fenster durch die rocke reingeballert der war tun die waren beide tot sogar beide sogar und bin dann noch auf dem da war noch zu schluss links ja rechts und links ja genau das von bei den haben stehen als einmal geht und der war tot dann habe ich den noch mal versucht runter zu knallen so bin normal dann habe ich zu ihm reingeballert habe ich noch mal in der luft geht und es gab bin dann nach vorne und dann habe ich habe ich gedacht und dann habe ich gewonnen leute das das ist solo versus squat das ist hier kein kein kinder garten oder so das ist kein pillepalle das ist solo versus squat und das ist das ist schon mega übel wenn ich mir das reinziehe ja würden uns freuen wenn ihr uns ein like da lasst dafür aber teilt mal so ein video ja verteilt mal so ein video ich finde er hat es irgendwo der sofort hat es verdient auch mal irgendwo ein bisschen anerkennung zu bekommen auch von anderer seite man hört immer nur von anderen leuten die so super geil sind aber wenn ich mir das hier rein zieht das ist auch schon ziemlich krass also ja wünsche euch was haut rein macht's gut bis dann tschüss